Als ich ungefähr so groß war, da habe ich immer gedacht, ich will einmal den Deutschen Filmpreis moderieren. Damals hatte ich aber nur so geschwätzt, nur haben alle gesagt, no, das kann ich vergessen, das wird nie, ey, bis. Und jetzt habe ich mir extra Hochdeutsch drauf geschafft und zack, moderiere ich den Deutschen Filmpreis. Das heißt, Wünsche können wahr werden. Auch für unsere Nominierten, es wird der absolute Wahnsinn am 24. Juni um 22.45 Uhr im 1. Ich moderiere den Filmpreis.